ja klar kann man machen auf jeden fall wenn sie uns sagen wie dann können wir das gerne machen aber ich glaube da fehlt uns noch was da braucht man ja dann irgendwie diese dispenser oder irgend sowas dass das dann rüber schießt und dann ist sterben das ist jetzt auch nicht so schwierig muss man ja einen richtigen schönen minenschaft das rezept finden mit lava sogar noch und hier geht es noch weiter oben und runter oben und hoch und runter geht es hier so aber dann müssen wir auf jeden fall nachher dann mal unseren teammates eine nachricht hinterlassen in dem disco chat alter dann geht es auch noch weiter aber ich will ganz ernst mal die lava zu machen wie baue ich denn seide ab mit dem schwert echt jetzt ist schade aber gut musste man ein richtiges schwert richtig war für nehmen es war ein richtiges scherz sehen also nur hinzu für unsere mails wäre schon ganz geil so die lava ist weg und noch mehr schienen scheiß kies baust du die schienen ab ja kann nicht schaden endermann wo bist du jetzt nicht mit dem anlegen ich will nur wissen wo er ist damit ich nicht angreifen hat dann besser okay ich höre seit seiner geräusche wo ich weiß gar nicht ob ich ihn überhaupt brauchen keinen plan naja kann man immer mal gebrauchen oder wo auch gift spinnen ist ja eklig ich sehe eisen das könnte sein dass ihr unten ein spinn spawner sich glaubt gift spinnen sind immer nur am spinn spawner grafiken kann ich gar nicht wo ich sehe was ich glaube da ist direkt unter dir ist glaube ich ins naja das sind die mini spinnen okay weg sind sie kommt sie kommt sie kommt keine angst ich habe gerade nichts zu verleihen ne das stimmt auch nicht aber okay tot oh mein gott ja riesiger fetter spinn spawner endermann dich würde ich nicht killen ich wollte oben eigentlich mit dem holz was ich abgebaut hatte noch allerdings machen ein paar schilder bauen für unsere kollegen ist das dumm hier ja kannst du machen oder gibt es ein problem nö okay haben wir jetzt ein problem oder was nö hat sich ihm gerade nur sagen gehört als ob es da naja jetzt haben wir jetzt schon zwei spawner also es wäre ja schon praktisch das zu wissen ich wusste auch gar nicht dass man den spawner äh daran hindert zu spawnen wenn man da Feuer dran macht aber klar die sind ja oh 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 spinne wo bist du ich habe auf jeden fall gerade einiges an eisen davon oh god oh verdammte kacke das fiel hat mich vergiftet ja aber das hättet ja meistens nicht genommen naja ich glaubt man stirbt eh nicht davon oh gott es gab auf jeden fall einen erfolg wenn du dich mit gambling und fleisch rettest dankeschön will ich nicht so ich habe nur ehrlich gesagt keine ahnung mehr wie ich hier rauskomme doch hier lang ich habe gerade kohle und eisen gesammelt da ist ein okay das ist unser spawner es gab immer einen coolen Trick um sich in den ganzen Minen zu orientieren indem man die Fackeln setzt ja ja wenn man sich halt an die rechte oder linke Seite muss ich halt irgendwie auf eine Seite einigen ob auf rechts oder links und da weiß man halt immer rechts quasi läuft man weiter rein und links läuft man weiter raus wieder Beispiel ich mache es immer so fucken auf den Boden setzen auf jeden Fall weil A bringen sie so mehr Licht und B ähm ich bin hier durchs Wasser und B sind äh fucken die hier irgendwo entstehen sind nie auf dem Boden das Wald dann weißt du also auch dass das ein Spieler gesetzt hat und keine Ahnung da ist die riesig die Höhle ja ja und wenn entgangene Sackgasse ist dann baue ich immer Steine hin weil die Steine die du abbaust wenn du die sofort wieder anbaust dann sieht man das die sehen ja dann anders aus vom Effekt ich bin grad am Kämpfen ich konnte nicht zuhören aber ja muss richtig sein warum heile ich mich nicht voll dumm ok da ist wieder Ende ich hab nicht eine einzige Kiste gefunden ist ja schade bei dem Dings in der Mine warum kriege ich denn jetzt ein Rezept weiß ich nicht vielleicht hast du was aufgesammelt was du vorher noch nicht gesammelt hattest ich hab Holz irgendwo hingesetzt oder weiß ich nicht irgendwas irgendwas anders aufgesammelt was du gar nicht gesehen hast ich höre auch immer nicht immer ich höre auch nicht immer wenn ich irgendwas aufnehme oder mein Spitzer kaputt geht die höre ich teilweise gar nicht die Animation Puh ich werde euch mal nach oben gehen ich brauche Futter ich hab grad ein Dings gebaut ich nenne es mal Abkürzung ich habe die Brücke erweitert auf jeden Fall ist hier eine Spinde beim Wasser aber ich geh auch glaube ich erstmal hoch oh du hast eine Brücke gebaut ok naja eine bestehende Brücke erweitert eigentlich 3 ich werde verfolgt ok ich brauche Essen wir haben ja Weizen oder? haben wir nicht Weizen? hm wollen wir das anbauen für Brot wie baut man denn Weizen an? ich dachte das war nur Nahrung für andere oder? ach ne stimmt die Seeds muss man anbauen weil sonst was rauskommt genau so auf jeden Fall viel Seide wieder gefunden hm ups und 59 Kohle habe ich dabei ich habe 60 Kohle in den Dings reingemacht wir haben schon ein bisschen was an Kohle jetzt ja möchtest du irgendwas sagen? ich überlege überlegst du ob du was sagen möchtest? ja die Kiste gehst du nicht auf die muss aufgehen sonst kann man die nicht benutzen hm so groß ist das Areal aber ehrlich gesagt gar nicht ne? ne habe ich mir auch schon gedacht oh ein Pony stirb gibt das Fleisch? ich weiß es nicht testen wir es es gibt nur Leder ähm also ich glaube gefühlt haben wir alle Türe jetzt schon getötet die es hier gab ich habe ein Schwein noch ist aber Schwein gehabt noch ein Pony okay es sind schon ganz viele Tiere na ich weiß nicht wir sollten auf jeden Fall nicht alle Tiere töten ne? so die Hühner so ich kann mir nicht vorstellen dass sowas nicht respawnt das würde ich ein bisschen seltsam finden ja gut für später können wir uns auf jeden Fall wenn wir wenn wir Weizen angebaut haben können wir uns auf jeden Fall Weizen reinziehen also Brot reinziehen ich weiß es nicht was die was die Settings hier von dem Server sind das wäre aber was was wir mal fragen sollten das ist schon wieder Ende die Map ist echt nicht groß also zumindest unser Teil wenn man deren Teil natürlich nochmal dazu nimmt das ist natürlich schon ziemlich groß hier ist noch Schnee wenn wir uns Schneebälle bauen nicht jetzt nein okay bin ein wenig weit oben aber wenn man beim Dings nichts verliert dann kann man ja auch einfach an Hunger oder sowas sterben dann braucht man ja gar nicht essen ja was aber ziemlich langweilig was schnabulierst du da? guck mal noch die Pizza die schon längst kalt ist deswegen was du hast eine Pizza? das wusste ich ja gar nicht du darfst nicht Lüge Lüge? ich hab Pilze ich komm mal wieder der finale Fight ist bestimmt mega schnell vorbei irgendwie so nach 5 Minuten alles erledigt meinst du? jeder hat sich gekillt äh jeder na gut funktioniert wenn sich jeder killt ist ja egal wir spawnen ja trotzdem mal gucken weiß ich nicht brauchst du Fackeln? nee nee grad nicht ich hab noch 19 ich hab noch ein bisschen Futter gemacht 22 Eisen du wolltest Schilder machen oder? hm? du wolltest Schilder machen naja da war ja was wollen wir dir gleich an den Spawnpunkt stellen? bei den Spinnen? nein nein an den Spawnpunkt wo man ähm also wo unsere Hütte ist jetzt weißt du? damit die wissen wo die hin können ach so du bist bei meinen Schildern ich bin bei deinen Schildern ja was dachtest du denn? ich dachte bei den Spawnpunkt der Feinde ach so ne mach mal alles an Food in die Kiste die da links ist links? ein bisschen in Ordnung muss sein ich hab erstmal was reingemacht ach so ich hab's ausgenommen wo links in die Kiste? ja die war ja beim Ofen steht ja die war ja beim Ofen steht rechts vom Ofen hm ich brauch Futter äh ich bin irgendwie dann ich will mehr Diamanten haben warte mal man kriegt immer drei oder was? was drei? mal drei Schilder mit einem Rezept so drei Stücke ja ok jetzt ist es dunkel sollte ich vielleicht nicht rausgehen ich geh runter und grab ein bisschen so da war doof gewesen hier geh ich in die Höhle dann ist genauso dämlich oh das hat er so rund sich äh welcher wie du meinst du? na in die Mine quasi wenn ich mich hier unten weiter nach links buddler rechts funktioniert nicht da ist ja über Lava und war nix mehr aber hier müsste dann gleich die Höhle kommen ich setze das ganz auf Fackeln weil ich einfach was sehen möchte ich hab meine Helligkeit in der Fackeln leuchtet glaube ich 13 Felder und dann brauchst du die nächste setzen ich will ja nicht die nächste Fackeln setzen wenn die ich bin stoppt duster als wir ja vorher was sehen ich hab ja Komfort weißt du was hast du denn vor Helligkeits-Settings? äh ich glaube ich hab die hier niedrig gelassen ich hab die jetzt nicht auf Maximum gestellt ist ja doof ist ja voll langweilig das Strippen bringt gar nichts eigentlich das ist nur Bruchsteine wir könnten vielleicht angeln um uns auch Nahrung zu holen Fücher sind dann glaube ich endlos oder? kann ich dir auch nicht beantworten ich bin jetzt kein Minecraft-Freak Schau Rezepte, schau in dein Rezeptbuch wo ist denn mein Rezeptbuch? die Angel hab ich vorhin auf jeden Fall schon mal gesehen gehabt aber ich glaube du brauchst das Zeug im Moment, damit du die Rezepte siehst Boah nix nicht mal Ach, Höhle wieder das tiefe nichts ich glaub wir haben uns einfach was zu abgelegenes gesucht ich denke die Höhle ist genau die, die wir brauchen ich hab erstmal ein bisschen Kohle mit eine Viertelstunde machen wir noch ne? ich muss noch einkaufen wie du magst, ja oh ich muss mein Bett noch reinholen jetzt hätte ich mich fast vor meinem Spiegelbüt in einer Fenster schreiber schrocken es ist immer noch dunkel ich glaub wir brauchen keine Kohle mehr oder derzeit? nee, haben wir mehr als genug ein bisschen mehr Eisen hier mitnehmen Müsste so schnell hat man eigentlich Überschuss an ich hab auf jeden Fall Fackeln gemacht ja ok, hier sind Creeper so schnell hat man einen Überschuss an Kohle ab und ecce änner